Ich verstehe nicht, warum BTC nicht einfach die 100k knackt. Kann man sich da nicht beim CEO von BTC beschweren? Ja, mein Lieber. Müssen wir mal alle einen Brief schreiben zu diesem Satoshi. Übrigens haben Aslan und ich Satoshi getroffen, Leute. Ja, wir haben Satoshi Nakamoto in Bremen getroffen. Seid gespannt auf das Video, Leute. Seid gespannt auf das Video. Und seine Reaktion, seine Reaktion, als wir ihn angesprochen haben, hat hundertprozentig, hundertprozentig bestätigt, dass wir in einer Rezession sind. Ihr versteht noch nicht, was ich meine, weil ihr das Video noch nicht gesehen habt. Weil es noch nicht online ist. Aber ihr werdet es schon bald sehen, Leute. Ihr werdet es schon bald sehen. Meine Gedanken zu BTC sind recht düster. Die sind recht düster. Ich persönlich, und das sage ich jetzt nicht mit einer einhundertprozentigen Sicherheit oder sonst irgendwas. Das sind meine Gedanken, die ich jetzt nur mit euch teile. Das, was ich euch alles erklärt habe, der Sentiment, der sich gerade abbildet, und die globale Wirtschaft, die ganze Konjunktur, so wie die Welt gerade am Zusammenbrechen ist, die Wirtschaft, der Immobilienmarkt, der zusammenklappt. Zu viele Zeichen, die uns sagen, dass es weiter abwärts gehen wird. Selbst die Zentralbanken sagen uns, hey, passt auf, wir müssen anziehen. Ihr müsst dafür leiden. Wo soll das ganze Geld denn herkommen, wenn wir keine günstigen Kredite mehr haben? Wenn Hedgefondsmanager das nicht alles in ihren Rachen bekommen, um das hier in die Wirtschaft reinzupumpen? Wenn immer und immer mehr Superreiche ihre Gelder rausziehen aus der Börse, aus dem Kryptomarkt letztendlich auch. Aber auch viele Wale kaufen neu ein und die halten, die hordeln. Aber worauf warten die? Die warten auf einen Anstieg. Gucken wir uns mal eben kurz an, was ich kurzfristig sehe. Also was haben wir hier gemacht? Wir haben runter korrigiert. Die erste Support-Linie, die wir gehalten haben, war recht positiv. Das hier hat sehr, sehr viele positiv gestimmt. Was ist hier passiert? Wir waren in einer Abwärtsbewegung. Nachdem wir diesen Channel hier verlassen hatten, wir haben hier einen eindeutigen Bullish-Flag gehabt, wie wir sehen können. Flag-Poll, Bullish-Flag, äh, Bearish-Flag meine ich natürlich, nicht Bullish, Bearish-Flag. Was ein Zeichen dafür oftmals ist, wenn sich die Korrekturen überlappen. Das heißt, der erste Anstieg und die Korrektur überlappt sich. Jetzt haben wir einen zweiten Anstieg, die Korrektur überlappt sich mit der ersten, der vorigen. Und wir haben permanent überlappende. Diese Korrektur überlappt sich auch mit der vorigen. Diese Korrektur überlappt sich auch. Wir haben permanent überlappende Korrekturen. Das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass wir einen Einsturz sehen werden. Okay, was genau ist passiert? Dieser Einsturz kam, nachdem wir genau diesen 25.000er Bereich hier angetestet haben. Dort haben wir starke Resistance gesehen, wie ihr sehen könnt, an dieser Stelle. Und der Markt ist eingerasselt. Das, was man hier gesehen hat, was auf eine höhere Wahrscheinlichkeit hingedeutet hat, dass der Markt am Fallen ist oder fallen wird, ist passiert. Wir sind runter. Wo haben wir Support gefunden? An der Stelle hier haben wir Support gefunden. Und wir haben einen kleinen Anstieg gesehen. Was war dieser Anstieg? Dieser Anstieg war wieder ein Bearish Flag. Ein Mini-Bearish Flag. Und was hat das gemacht? Das war da, wo ich euch gesagt habe, falls ihr euch erinnern könnt, passt bitte auf. Wir brauchen eine Bestätigung, wo der Markt jetzt hingeht. Entweder ein Ausbruch nach oben oder nach unten. Weil viele haben mir gesagt, das war es, tiefer geht es nicht. Da habe ich gesagt, nein, aufpassen. Was ist passiert? Wir sind eingestürzt. Wenn wir diesen Bereich hier halten sollten, dann sehe ich die Rallye von hier aus starten. Kleine Rallye nach oben. Vielleicht in diese Bereiche. Vielleicht sogar auch noch tiefer. Vielleicht gehen wir gar nicht so hoch. Vielleicht kommen wir erst nur in diese Bereiche hier und knicken dann ein. Das müssen wir halt sehen, wie sich der Markt entwickelt. Wie das Momentum ist. Wie sich die Börse verhält. Wie der US-Dollar-Index sich verhalten wird. Denn das wird uns eindeutigere Signale geben, in welche Richtung Bitcoin hier gehen wird. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.